Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was du eigentlich machen kannst, wenn ein Drucker wie hier im Hintergrund zum Beispiel nicht mehr richtig in Farbe und vor allem auch schwarz druckt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn der Drucker bei dir zu Hause nicht mehr so druckt, wie er normalerweise drucken sollte, ist meistens das Problem, dass die Tinte bei den Tintenpatronen hier unten nicht so ankommt am Druckkopf hier oben drinnen, wie es eigentlich sein sollte. Das kann zum Beispiel sein, wenn die Tinte schon recht eingedruckt ist, da der Drucker einfach eine Zeit lang gestanden ist und nicht benutzt worden ist. Ich zeige euch jetzt einmal drei Varianten, wie wir dieses Problem lösen können bei meinem Brother MFC5890CN Drucker, doch diese Anleitung geht bei anderen Modellen normalerweise so ähnlich. Zuerst einmal führen wir einen sogenannten Testdruck bei diesem Drucker aus, um zu schauen, welche Tinte überhaupt das Problem ist. Hierfür gehe ich mal bei mir auf Tinte, Testdruck, okay, Druckqualität auch okay, Startdrücken, hier einfach mal Farbe oder Schwarz-Weiß, ist egal und der Testdruck wird gestartet. Der Testdruck ist fertig und wir können sehen, bei unserem Schwarz und Blau hier fehlen ein paar Striche, heißt hier müssen wir etwas nachleinigen und Gelb bzw. Magenta hier drüben fehlt komplett. Also da kommt gar keine Tinte durch, weswegen wir einfach einmal alle Farben schöner reinigen werden. Die erste Variante geht am schnellsten und zwar das spezielle Reinigungsprogramm von einem Drucker. Hat meistens jeder Drucker, hierfür mal auf Tinte gehen, reinigen, okay, dann kann man hier auswählen, Schwarz oder Farbe, ich mache am besten gleich alles und dann wird dieser Drucker auch schon gereinigt. Das Reinigungsprogramm kann jetzt einige Minuten dauern, denn hierbei wird relativ viel Tinte von hier unten durch den Druckkopf hier oben drin gepresst, wodurch die Leitungen bzw. die Düsen hier oben wieder frei werden sollten. Das Ganze überprüfen wir danach natürlich wieder mit einem Testdruck. Das Programm hat in etwa zwei Minuten gedauert, Magenta schaut wirklich gut aus, das könnten wir lassen, Blau und Schwarz fehlen noch einige Striche, weswegen ich hier nochmal das Reinigungsprogramm drüber laufen lassen würde und Gelb ist trotzdem noch eine Katastrophe, weswegen ich hier eindeutig schwere Geschütze auffahren muss. Die zweite Variante ist es jetzt, den Druckkopf hier innen drinnen mal zu reinigen. Hierfür kann ich ihn beim Prada leider nicht so einfach ausbauen, weswegen ich einfach feuchte Tücher hernehme und den Druckkopf einmal unten etwas sauber mache, dass zum Beispiel eingetrocknete Tintenreststücke einfach weggehen. Hierfür den Deckel einfach einmal öffnen, geht ganz einfach, schauen, dass dieser natürlich auch oben bleibt und dann bleibe ich mal fünf Sekunden lang auf der Stopp-Taste drauf, denn dann kann man sehen, der Druckkopf bewegt sich in die Mitte und ich ziehe das Stromkabel hier hinten raus, weswegen der Druckkopf hier in der Mitte jetzt bleibt und dieser einfach mit der Hand frei bewegbar ist. Bevor ich weiter arbeite, hier die Empfehlung, Einweghandschuhe. Ich möchte nämlich nicht, dass meine Hände nach voller Tinte sind. Als nächstes ein feuchtes, fusselfreies Reinigungstuch nehmen und dieses geben wir jetzt einmal hier unter diesem Druckkopf drunter, schauen einfach, dass es hier sauber drunter liegt, fahren mit dem Druckkopf etwas darüber, dass das feuchte Tuch auf der anderen Seite wieder rauskommt und dann nehme ich mir mal das feuchte Tuch und ziehe dieses einfach etwas hin und her. Ich hoffe, in der Kamera kann man es jetzt noch gut erkennen, denn dadurch wird der Druckkopf von unten schön gereinigt. Dann nehme ich einmal mein Reinigungstuch wieder. Dieses ist wirklich voller Tinte und mache diesen Vorgang jetzt mit einem frischen Reinigungstuch wieder erneut. Ich habe jetzt fünf solcher Reinigungstücher verbraucht. Nun schließe ich den Deckel, gebe dem Drucker wieder etwas Strom und dann mache ich erneut einen Testdruck und schaue mir das Ergebnis an. Wir können sehen, dass Gelb leider immer noch nicht so gut ausschaut, weswegen ich jetzt zur Variante 3 greife, wo ein spezieller Düsenreiniger zum Einsatz kommt, was einfach nochmal effektiver ist. Selbe Ausgangssituation wie davor, der Druckkopf ist in der Mitte, kein Strom mehr drauf, doch dieses Mal kein feuchtes bzw. Reinigungstuch, sondern ein normales Küchenpapier. Nun werden nämlich der Druckkopf und die speziellen Schläuche zu den Tintenpatronen hier durchgespült mit einem speziellen Düsenreiniger und das Zewa bzw. Küchenpapier hat einfach den Sinn, dass die Tinte natürlich nicht in den Drucker reintrupfen kann. Hierfür müssen wir die entsprechenden Tintenpatronen erst einmal entfernen. Dafür öffne ich das Ganze hier unten, mache alle einmal auf. Hat einfach den Sinn, dass wir hier auch um einiges leichter reinkommen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel nur Gelb spielen möchten. Und dann schauen wir uns das Innere mal genauer an. Hier unten sind die Anschlüsse für die Tintenpatronen und diese müssen wir jetzt einmal sauber machen und danach natürlich auch den Schlauch, der wohl zu dem Druckkopf führt. Hierfür habe ich mir ein spezielles Düsenreinigungsset gekauft, bestehen aus einer Spritze, einem Verlängerungsschlauch und dem Düsenreiniger hier und davon nehme ich jetzt einmal 25 Milliliter in die Spritze auf. Das ist geschehen und danach noch etwas Luft mit rein. So, das sollte auch schon reichen. Jetzt schiebe ich den Schlauch hier stark hier hinten auf meinen gelben Einsatz darauf, dass dieser auch wirklich fest oben sitzt und dann beginnt das Reinigen. Ich habe gerade eben schon leicht angefangen, die Pumpe hier hinten immer leicht hin und her zu drücken. Hat den Sinn, dass sich der Düsenreiniger mit der Tinte und vor allem auch mit der festgetrockneten Tinte in dem Schlauch zum Druckkopf hin verbindet und dadurch die angetrocknete Tinte auch gelöst wird. Hier muss man aber auch sagen, man muss sich unbedingt Zeit nehmen. Denn desto länger man das macht, desto besser wird das Ergebnis natürlich auch. Ich habe den Vorgang jetzt einmal ein paar Minuten lang gemacht und wenn wir uns das Küchenpapier danach hier drin anschauen, hier ist lauter gelbe Farbe, weswegen der Druckkopf hier vorne auf jeden Fall frei ist und der Weg zu den Tintenpatronen auch. Doch jetzt schauen wir uns das Ergebnis natürlich auch nochmal mit einem Testdruck an. Doch davor mache ich den Schritt mit allen vier verschiedenen Farben bei mir jetzt auch nochmal durch. Nach ca. 20 bis 30 Minuten Reinigen bei mir gebe ich jetzt mal neue Tintenpatronen noch rein. Wurde eh mal wieder Zeit. Jetzt starte ich das Reinigungsprogramm noch einmal und dann schauen wir uns den Testdruck wieder an. Hier siehst du jetzt nochmal den Unterschied vom Testdruck her. Das war einer meiner ersten Testdrucks und hier oben der letzte. Diese schaut wirklich super aus, wie es auch sein sollte. Wenn du so ein Ergebnis hier in Zukunft vermeiden möchtest, dann am besten den Drucker einfach regelmäßig verwenden, dass die Tinte nicht eindrucken kann und vor allem auch die Originalpatronen hernehmen. Denn diese haben meist nochmal eine höhere Tintenqualität als irgendwelche Nachmachen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein Reinigungsset hier, Reinigungstücher, originale Tintenpatronen oder vielleicht sogar gleich einen neuen Drucker zulegen möchtest, weil dieser danach immer noch nicht wirklich reinigt und vielleicht der Druckkopf kaputt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.